Hallo, ich bin Simon und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es weiter mit dem 15. Kapitel aus Richard David Prechts, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Cavendish, der Fall Gage, gibt es Moral im Gehirn? Unter anderem in diesem Kapitel Phineas Gage, der 13 Jahre lang mit einem Loch durch den Kopf gelebt hat. Ich wünsche euch viel Spaß. Der 13. September 1848 ist ein schöner Tag. Die Nachmittagssonne brennt hell und heiß und Phineas Gage ist seit den Morgenstunden bei der Arbeit. Gage ist Fachmann für Sprengstoff. Der tüchtigste und fähigste Mann der Rutland & Burlington Railroad Company, wie man ihm später bescheinigen wird. Sein Auftrag besteht darin, ein felsiges Stück Land einzuebnen für die neue Eisenbahnlinie. Die Arbeiter in Vermont sind kurz vor der Stadt Cavendish und bald schon werden die Schienen durch die Neuenglandstaaten verlegt sein und Passagiere voller Erwartung über 200 Meilen hinweg von Rutland nach Boston reisen. Gerade hat Gage Pulver und Zündschnur in einem neuen Bohrloch verstaut und seinen Helfer aufgefordert, das Ganze mit Sand abzudecken. Er greift nach der zwei Meter langen Eisenstange, um den Sand über dem Sprengstoff festzustampfen. Da spricht ihn jemand von hinten an. Gage dreht sich um und wechselt ein paar Worte. Routiniert stößt er zugleich die Eisenstange in die Grube. Was er nicht sieht, ist, dass sein Helfer noch keinen Sand eingefüllt hat. Gage redet und lacht und schlägt dabei unversehens Funken aus dem Felsen. In diesem Augenblick explodiert der Sprengstoff. Die Eisenstange fährt Gage durch die linke Wange ins Gehirn, durchbohrt den Kopf und fliegt durch das Schädeldach wieder heraus. 30 Meter weiter knallt die Stange zu Boden, mit Blut und Hirngewebe verschmiert. Gage liegt am Boden. Die Nachmittagssonne scheint über die Felsen. Die Eisenbahnarbeiter stehen gebannt und starr vor Entsetzen. Nur wenige trauen sich näher heran und sehen das Unfassbare. Phineas Gage lebt. Mit einem Loch quer durch den Schädel erlangt er das Bewusstsein zurück. Obwohl er unablässig Blut aus der offenen Wunde rinnt, ist er in der Lage, seinen Kollegen den Unfall zu erklären. Die Arbeiter heben ihn auf einen Ochsenkarren. Aufrechtsitzend fährt er über einen Kilometer zu einem benachbarten Hotel. Er ist ein verdammt harter Bursche. Die anderen Eisenbahnarbeiter staunen nicht schlecht, als Gage selbstständig vom Wagen herunterklettert. Er setzt sich auf einen Stuhl im Hotel und wartet. Als der Arzt eintrifft, begrüßt er ihn mit den Worten, hier gibt es reichlich für Sie zu tun, Doktor. Heute liegt Gates' Schädel im Museum der ehrwürdigen Harvard University und bereitet der Wissenschaft Kopfzerberechen. Phineas Gage, bei seinem Unfall 25 Jahre alt, lebte noch 13 Jahre mit seiner fürchterlichen Kopfverletzung. Ein merkwürdiges Leben. Denn Gates' wundersame Heilung war von einer dunklen Wolke überschattet. Der versehrte Vorarbeiter konnte fühlen, hören und sehen. Er hatte keine Spuren von Lähmungen der Gliedmaßen oder der Zunge. Allein das linke Auge war ihm genommen. Dafür aber tat alles andere seinen Dienst. Sein Gang war sicher, die Hände waren geschickt wie eh und je und er konnte genauso unbeeinträchtigt reden wie zuvor. Als Sprengstoffexperte allerdings wurde er nicht mehr eingesetzt. Gates fand Arbeit auf Pferdefarmen. Aber schon nach kurzer Zeit flog er wieder raus. In seiner Hilflosigkeit trat er auf Jahrmärkten auf, dann als Attraktion in einem Museum, wo er sich mitsamt seiner Eisenstange zur Schau stellte. Schließlich wanderte er aus nach Chile und blieb dort bis kurz vor seinem Tod. Er arbeitete auf Pferdegütern und als Postkutscher. 1860 ging er nach San Francisco und strandete in den dunklen Gassen und Trinkerquartieren der Stadt. Er bekam epileptische Anfälle und starb im Alter von 38 Jahren. Man beerdigte ihn gemeinsam mit seiner Eisenstange, von der er sich nie getrennt hatte. Die Zeitungen, die einst seinen Unfall in großen Lettern publik gemacht hatten, berichteten von seinem Tod mit keiner Zeile. Warum war Gates' Leben so schiefgelaufen? Nach Ansicht der Hirnforscher Hannah und Antonio Damasio, die seinen Fall untersuchten, lernte und sprach er Zeit seines weiteren Lebens völlig normal. Mit einer einzigen Ausnahme. Gates, so berichteten es mehrere Zeitzeugen, hatte jegliche Achtung vor den Spielregeln des Zusammenlebens verloren. Er log und betrog hemmungslos, neigte zu unkontrollierten Wutausbrüchen und Schlägereien und zeigte keine Spur von Verantwortungsgefühl mehr. Was war passiert? War es möglich, dass die Verletzung im Gehirn einen aufrechten Bürger in einen Mann mit schwerwiegenden Charaktermängeln verwandelt hatte? Allem Anschein nach war der moralische Kompass des Eisenbahnarbeiters entmagnetisiert worden. Wenn das stimmte, bedeutete es dann nicht zugleich, dass es ein biologisches Zentrum für Moral im menschlichen Gehirn gibt? Und wenn es ein solches Zentrum gibt, bestimmt dann dieses Zentrum in meinem Gehirn darüber, ob ich mich gut oder schlecht benehme? Die Hirnforscher Hannah und Antonio Damasio untersuchten Gates' Schädel nach allen Regeln der Kunst. Sie sind sich sicher, dass Teile in seinem Gehirn zerstört wurden, die für wichtige menschliche Eigenschaften zuständig sind, zum Beispiel für die Fähigkeit, die Zukunft vorwegzunehmen und sie in einem sozialen Umfeld angemessen zu planen. Sie glauben, dass Gates sowohl das Verantwortungsgefühl für sich selbst als auch anderen gegenüber verloren hatte und dass er sein Leben nicht mehr frei organisieren konnte. Ein bestimmtes Hirnareal, die ventromediale Region des Stirnlappens, die für all dies zuständig sei, sollte ausgefallen sein, während alle anderen Gehirnfunktionen weiterhin tadellos arbeiteten. Haben die Damasios recht, so war Gates' Bewusstsein nach dem Unfall gestört. Das Verhältnis von Denken und Fühlen, Entscheiden und Empfinden war nicht mehr normal. Es sollte gesagt werden, dass nicht jeder, der sich mit Gates' Geschichte befasst, diese Interpretation teilt. Manche, die sein Schicksal untersuchten, zweifeln an dem medizinischen Gutachten des Arztes, der Gates behandelt hatte. Sie meinen, Gates' Charakter habe sich gar nicht so sehr verändert, wie die Damasios annehmen. Man muss auch berücksichtigen, dass Gates immerhin den Job verlor, den er erlernt hatte. Er hatte keine berufliche Perspektive mehr. Am wichtigsten aber ist, dass die Menschen auf einen smarten Vorarbeiter ganz anders reagieren, als auf einen Mann mit einem völlig entstellten Gesicht. Könnte manches seltsame Verhalten nicht ganz einfach darauf zurückzuführen sein? Und reicht es nicht aus, zu sagen, dass der Unfall Gates möglicherweise traumatisiert hat? Alle diese Einwände sind berechtigt, aber sie ändern wenig am neurobiologischen Befund. Die Damasios bestätigten ihre Ergebnisse in zahlreichen Tierversuchen. Sie fanden heraus, dass die ventromediale Region ein sehr entscheidender Bereich des Gehirns ist. Hier werden Gefühle verarbeitet, aber auch Pläne geschmiedet und Entscheidungen getroffen. Doch es wäre zu schön und leider auch falsch anzunehmen, wir könnten mit der ventromedialen Region ein kleines Rechenzentrum ausfindig machen, das auf Kommando unsere moralische Urteile ausdruckt. In einem der Mumin-Bücher der finnischen Kinderbuchautorin Tove Jansson, die ich meinem Sohn Oskar abends im Bett vorlese, wünscht sich der Snork, eines der Trollwesen, vom Zauberer eine Rechenmaschine, damit er immer weiß, was gerecht und was ungerecht ist. Tja, und da muss selbst der große Zauberer passen. Nicht anders ist es mit dem moralischen Rechner im Gehirn. Er ist kein abgeschlossenes System in einer bestimmten Gehirnregion. Vielmehr handelt es sich um ein sehr kompliziertes Netzwerk verschiedener Areale. Die Frage, ob es für Moral zuständige Regionen im Gehirn gibt, lässt sich mit Ja beantworten. Die Antwort auf die Frage, ob eine bestimmte Gehirnregion für moralisches Empfinden und Entscheiden zuständig ist, lautet Nein. Mit Bedacht habe ich im letzten Satz Empfinden und Entscheiden voneinander getrennt, denn sie sind nicht das Gleiche. Im vorigen Kapitel hatte der Hirnforscher Benjamin Libet beides eng zusammengefasst, als er meinte, unsere Empfindungen diktieren unsere Entscheidungen. Das ist sicher nicht ganz falsch, aber heute weiß die Hirnforschung, dass so viele verschiedene Gehirnregionen an unserem Empfinden und Entscheiden beteiligt sind, dass es sehr schwer fällt, mit holzhackerischer Sicherheit zu sagen, wie dieser Prozess ganz genau abläuft. Gefühle, abstraktes Denken und Bereiche, die für zwischenmenschliche Beziehungen zuständig sind, sind immer gleichzeitig am Werk. Wer hier über was bestimmt, ist kaum zu sagen und möglicherweise ist es ja auch gar nicht immer gleich. Gefühle und Vernunft durchkreuzen sich offensichtlich ständig und Menschen reagieren auf vorgegebene Situationen oft sehr unterschiedlich. Es gibt moralische Gefühle, zum Beispiel Mitleid mit einem Bedürftigen. Ich sehe einen Bettler auf der Straße und er tut mir unmittelbar leid. Das Gefühl kommt in mir hoch, es entsteht ohne Absicht. Moralische Einsichten sind etwas ganz anderes. Ich will dem Mann Geld geben und überlege, ob dies richtig ist. Ich denke, wenn alle ihm etwas geben, wird er sich nie Arbeit suchen. Oder der versäuft das Geld, statt sich etwas zu essen, dafür zu kaufen. Ich kann aber auch denken, soll er damit machen, was er will. Hauptsache, er kriegt das Geld, das er offensichtlich braucht. Gefühle und Einsichten lassen sich oft nicht trennen. Aber warum wir handeln, unterscheidet sich durchaus davon, wie wir eine Handlung moralisch beurteilen. Gefühle spielen, neben Absichten, Denken, Gewohnheit und anderen Dingen, bei Handlungen eine große Rolle. Aber wenn wir moralisch urteilen, scheint die Einfluss schon geringer auszufallen. Bevor wir den letzten großen Berg in unserem Moralgebirge besteigen, die moralische Intuition, werfen wir aber noch einmal einen letzten Blick in die Werkstatt der Hirnforscher. Kapitel 16 Ich fühle was, was du auch fühlst. Lohnt es sich, gut zu sein? Danke fürs Zuhören. Ich freue mich immer über Kommentare. Und wenn ihr mich unterstützen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.